So, meine Lieben, willkommen zurück zu mittlerweile, ich glaube, 97. Folge oder so. Also wir sind schon ganz gut dabei. Ich habe Glutexa jetzt zwischen den Folgen hier rausgekickt. Der dürfte jetzt eigentlich gleich gehen. Ja, okay, er ist einfach im Kamin verschwunden oder so. Wir haben jetzt Wochenende. Wir könnten mit Anissa den Sport so ein bisschen beibehalten. Da könnten wir sie ein bisschen trainieren immer schicken. Äh, ist ja eigentlich so, was man sich selbst auch immer vornimmt, aber nie klappt. Ähm, kann auch mal ein bisschen hier laufen und Schweiß machen, glaube ich. Ähm, genau, wir sind jetzt im Wochenende und versuchen jetzt hier von unseren, ja, beiden größeren Kindern noch die Bestreben abzuschließen. Sie hier könnten wir nochmal gleich aufs Klo schicken. Ähm, und zwar muss die hier einfach nur ein bisschen tippen üben, unser Bär. Äh, ist die Level 10 erreicht, ja, dann haben wir das mit ihr gepackt. Ähm, die zwei hier oben, ähm, versuchen wir hier ein bisschen die Fähigkeiten zu trainieren, dass die beide vier Metallfähigkeit haben. Die haben schon drei anscheinend beide, also das sollte easy machbar sein. Ähm, und sie hier braucht noch Freunde, was sich als am langwierigsten herausgestellt hat. Also, sobald die beiden das, ähm, erreicht haben, können wir die auch altern lassen. Die haben nämlich schon eine Eins in der Schule. Ähm, und das sind ja jetzt noch die, äh, ja, die letzten vier, die wir nach unseren alten Regeln machen. Die neuen stehen jetzt auf jeden Fall schon in der Beschreibung drin. Und, ähm, aus irgendeinem Grund ist hier das mit zwei erwachsenen Anfreunden jetzt abgehakt. Weil wir haben ja eigentlich in der letzten Folge sind wir jetzt, ähm, gegangen, als wir uns mit ihr hier noch anfreunden wollten. Das haben wir aber ja jetzt noch nicht gemacht, ne? Ne, ist nämlich noch eine Bekannte. Verstehe ich nicht so ganz. Mit der hier hatten wir uns angefreundet. Anissa hat ja nicht gezählt irgendwie. Oder man muss sich halt, sobald man das hat, neu anfreunden. Weil dann könnte halt Dutexu auch zählen, weil er dann gealtert ist, ne? Hm. Haben wir unser Kleinkind hier schon drin? Ja, Hornliu. Zählt aber nicht. Vielleicht, weil es Kleinkind ist. Aber gut, da kann ich halt nichts machen. Äh, okay, ist auf jeden Fall gut zu wissen. Mist, der ist schon unser Freund. Hier, Lea Landgrab. Freundlich vorstellen. Ähm, ja. Wollte ich gerade sagen, dann müssen wir mit ihr mal reisen, aber Müssen wir nicht. Die kommen jetzt anscheinend, äh, doch häufiger wieder an unserer Tür vorbei. Oder wir haben halt einfach gerade mal Glück. Okay, dann geht die jetzt halt Anissa belästigen. So, die sind schon wieder fertig mit Spielen. Hm. Haben aber noch nicht Level 4, dann spielen die einfach noch ein Spiel, weil denen geht's gut. Die brauchen nichts anderes. So. Ähm, die hier schläft ein bisschen. Ich weiß nicht, wie wir sagen, die lassen wir auch noch weiter pennen, bis sie ausgeschlafen ist. Ähm, außer ihr sollt jetzt krass viel Hunger bekommen oder so. Und ansonsten sind die alle okay. Hier können wir nochmal aufs Klo schicken, zwischendurch. Ähm, danach kann die weiter tippen üben. Das wollen wir ja sonst nicht. Ähm. Jo, dann bist du unser letztes, ähm, ja. Unser letztes, äh, weiß ich nicht, Opfer. Also eigentlich ja nicht, ne. Also ist ja schon auch, ist ja schon auch schön, mit uns befreundet zu sein, so. Ähm. Ähm. Warum stehen die so weit weg? Jetzt kommen wir mal einen Schritt näher hier. So wird es ja nix. So freundet man sich da. Upsala. Nicht an. Hallo, was stehst denn du hier eigentlich so daneben? Du versperrst mir den Blick. Unfreundlich. Comic-Figur zitieren. Hier. Oh. Shit. Oh, die verstehen sich aber nicht so gut, oder? Äh, lustig vielleicht dann eher. Oh, guck mal, was kann... Da waren ganz viele Witze hier. Bananenwitz. Das konnte die vorher doch nicht, oder? Hat die Comedy-Fähigkeit oder so? Das haben die ja noch nicht, oder? Aber vielleicht Schelmfähigkeit? Nee, gibt's bei denen, glaube ich, auch noch nicht, ne. Ähm. Fantasieabenteuer. Macht bestimmt Sinn bei denen. Über Interessen geht immer. Ja. Da müssen wir hier jetzt nochmal ein bisschen durch. Wird jetzt nochmal ein bisschen schwierig werden, aber hey. Ähm. Ja. Wir schaffen das schon. Ähm. Ist auf jeden Fall einfacher als im echten Leben. Ey, cool! Er ist voll der Jogger geworden. Dem hatten wir, glaube ich, auch so, ähm, Fitness-Cram gegeben. Ein bisschen. Okay, sie hat einen Albtraum wahrscheinlich. Ja. Oh no, sie weint. Ah, ja, das ist ungünstig, aber da müssen wir uns ja jetzt mit beschäftigen. Die Leviten lesen. Was fällt dir ein? Was fällt dir ein, aufzuwachen? Ähm. Ja, beruhigen. Klappt nicht immer, probieren wir aber. Können wir ihr irgendwie vorlesen oder sowas? In den Schlaf lesen. Machen wir das. Ih, jetzt hat die sich, hat die sich gerade in die Hose gemacht? Ich glaube schon. Naja. Ja, tschüss. War schön mit dir. Ähm, so. Heave a bow. Gut, dann sollte das hoffentlich klappen. Ähm, das machen wir mal lieber nicht. Das hat letztes Mal nicht so, ist nicht so gut angekommen. Ähm, wir sind noch ein bisschen lustig. Ich glaube, lustig, also, das kann man halt auch einfach gebrauchen, ne? Also, das Leben ist anstrengend genug. Ey, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ey, diese Woche war so fucking anstrengend. Ich bin so froh, dass bei mir ist, jetzt wo ich es aufnehme, gerade Wochenende. Ich bin so froh, dass die Woche rum ist. Und ich einfach ein bisschen Sims spielen kann. Ich, wirklich, ey, das Leben, also manchmal, da, also man hat schon auch manchmal, ist schon auch einfach. Ach, weiß ich nicht. Manchmal macht es einfach keinen Spaß. Aber umso schöner ist es, dass ich jetzt einfach ein bisschen Videospiele spielen kann. Und ein paar Tage habe, zum Ausruhen. Äh, ja. So wie ihr hoffentlich auch, wenn ihr das gerade guckt. Müsst ihr wahrscheinlich auch gerade nicht arbeiten, nicht in die Schule. Ähm, wir fragen die jetzt mal, ob sie mit in die Wolken schauen will. Ey, sind die schon wieder fertig, oder was? Ihr habt doch gar nicht richtig Hunger, warum esst ihr? Mit du zum Beispiel, du musst doch eher aufs Klo. Das hat geklappt mit dem Beruhigen, bei ihr ist gut. Und die ließt sie in den Schlaf, ja. Machen wir das doch so. Ähm, können wir den hier mal schauen? Mentalfähigkeit. Äh, ein halber fehlt noch. Und hier, ja. Bisschen weniger noch. Aber gut zu wissen, das sollten wir hier packen. Ja gut, dann isst du halt jetzt erst kurz. Fantasiefähigkeit erworben. Okay, brauchen wir aber nicht bei ihr. Ähm. Ja, die hat fertig gegessen. So, dann geht ihr jetzt nämlich direkt wieder. Schachspiel. Hey. Äh. Das macht auch keiner freiwillig am Wochenende. Also in dem Alter wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, also ich muss sagen, wobei, ich glaube, wenn man das so, wenn man irgendwie einen Opa hat oder so, der einem das beibringt, kann das vielleicht ganz cool sein. Aber ich muss sagen, ich hatte sowas nicht. Stinkende Windeln. Ja, die müssen wir dann mal wechseln. Naja. Oder die halt einfach baden. Was meinen die hier, ähm, bringt das irgendwas so zur Beziehung oder Bekannte? Reden die auch zwischendurch? Ja, auf jeden Fall irgendeinen Balken hier. Äh, gut. Was gab's denn Schönes? Äh. Hier wieder Spielzeuge, wie das aussieht, ne? Meister Blaupelz. Hm. Ja, I don't know. Indem du deinen Kindern beibringst, eine emotionale Bindung zu leblosen Gegenständen aufzubauen, erleichterst du ihnen den Weg zum materialistischen Teenager. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so funktioniert. Und das heißt, auch ganz schön müde. Wir könnten wie so lange unser Kleinkind schläft, vielleicht auch mal schlafen lassen. Ähm, vielleicht das Klo noch mal vorher putzen und ist ein bisschen ekelhaft. Ähm. Gut, und hier haben wir Motorikfähigkeit 9. Erhält manchmal am Klettergerüst beim Spielen an einem Motion Gaming Ausrüstung oder am Computer mehr Motorikfähigkeit. Es gibt eine Motion Gaming Ausrüstung? Warum habe ich denn das nicht gefunden, als wir die Konsole besucht haben? Bestreben abgeschlossen! Uh, ho, 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 yeah! Ähm. Glurik hat soeben ihren Kindheitstraum sehr beliebt zu werden erfüllt. Verdienstmerkmal sozial begabt. Soziale Fähigkeiten werden schneller aufgebaut. Cool, danke! Das, ähm, ist ja toll. Nice! Ja dann, äh, war schön mit dir. Dann können wir dir das altern lassen. Wir haben bestimmt noch Kuchen im Kühlschrank. Ähm. Genau, die legen wir danach einfach ins Bett. Und sie hier muss halt den einen Punkt noch lernen. Ja, wir könnten auch so lange noch warten, ne? Ich warte noch, bis sie den einen Punkt gelernt hat. Das ist halt noch ein kompletter Punkt. Ähm, den sie lernen muss. Aber den schafft sie heute, oder? Ja, schafft sie den heute? Es ist 17 Uhr schon. Keine Ahnung. Aber wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. So, und dann beobachten wir bei denen hier oben noch mal ein bisschen. Die bei ihrem Schachspiel. Die sollen ja jetzt auch mal ein bisschen hier so auf die Kette kriegen. Reicht jetzt auch? Okay, die geht. Ähm. Ist aber in Ordnung. Brauchen wir nicht mehr. Die spielen schon eigentlich auch relativ lange, diese Schachspiele. Guck mal, für ihn könnte das schon fast reichen. Gewinnt da eigentlich auch immer einer? Wahrscheinlich schon, ne? Wird mich interessieren, ob die da positive Emoticons von kriegen. Er hat die Level 4 erreicht. Ähm, der kann jetzt auch diese Gesundheitstränke da brauen. Gut, das heißt, er wäre fertig. Aber sie bräuchte auf jeden Fall noch ein paar Pünktchen. Oh, Glorak hat Hausaufgaben gemacht. Und sie hat auch Level 4. Nice. Das hat auch alles ganz gut geklappt dann. So, dann nach dem Spiel können die mal aufs Klo. Und er hier könnte sich ein Restchen nehmen. Was ist das für ein Rest? Käsekrecke. Was ist das für ein Rest? So, das ist auch schon wieder leer. Ja, an Nissa sehe ich schon wieder eine neue Tätigkeit auf dich zukommen. Kochen wir doch nochmal eine Runde. Wer hat denn diese Käsekrecke da reingestellt? Hm. So. Ach, sie will auch die Käsekrecke essen. Ja, das wird schwierig. Können wir nicht beide essen. Das wird schwierig. Äh, und der Geschirrspieler ist auch kaputt. Ja, gut zu wissen. Was will sie? Mitkochen? Ja. Nicht so. Nee. Nee. Nein, ihrchenkippt. Nein, warum denn? Oh. Hier, spüle das dann mal ab in der Zeit oder so. Ich hoffe, uns will niemand um Rat bitten. Was ist das? Äh, ja. Sie muss jetzt kurz halt mal ein Momentchen kochen. Ih, äh, sag mal, Leute. Ich mach diese Regale jetzt weg. Ich mach die jetzt weg. Ist ja ekelhaft. Verkaufen. Verkaufen. Da wird mir nichts mehr hingestellt. Nee, hör auf. Geh weg. Geh, äh. Geh hier hin. Oh, nicht, dass sie mich wieder um Rat bitten oder so. Hör auf. Geh weg. Geh da alle weg. Oh, guck mal, die macht, die macht guten Kram hier. Die putzt ein bisschen. Hier, du kannst das ein bisschen aufräumen. Ekelhaft, ekelhaft. Räum das mal auf. Wird nichts bringen, dass sie das weg macht. Das wird ja gleich wieder sein. Ähm, weil der Geschirrspieler kaputt... Du sollst nicht schon wieder was essen, Anissa. Weil der Geschirrspieler kaputt ist. Wir reparieren jetzt als erstes hier diesen PC. Und als zweites reparieren wir das. So, du hast Hunger. Und nimmst dir hier ein Gericht. Du auch, genau. Ähm, und die ist pennen gegangen. Ja, klar. Na ja, gut. Ist ja aber auch schon halb zehn. Können die schon auch mal pennen gehen. Du kannst mal eine Runde duschen. Ähm. Ja, und die würde ich danach ganz gerne noch mal hier dran setzen. Aber müssen wir dann mal sehen, ob das so passt. Wenn wir die Tuning-Teile bekommen. Ja, passt ganz gut. Können wir noch mal kurz tippen üben lassen. Dann können wir die morgen früh vielleicht endlich, ähm, äh, altern lassen. Fernsehen mit, ne. Die ist jetzt langsam mal ausgeschlafen. Die könnten wir eine Runde baden. Ja. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und hier haben wir auch nochmal Tuning-Teile bekommen. Liegen die irgendwie noch rum? Ja, die liegen noch rum. Die müssen wir dann gleich noch aufräumen. So, ja, ansonsten. Die kriegt jetzt, ja. Sie hat auch ihr Bestreben abgeschlossen. Nice. Das war ein erfolgreicher Tag dann. Äh, hat sie ihrem Kindheitstraum eine kleine Sportlerin zu werden erfüllt, indem sie einfach am Computer auf der Tastatur rumtippt. Aber hey. Verdientes Merkmal. Körperlich begabt. Sportfähigkeit. Wird schneller aufgebaut. Ähm. Hat ihre Motorikfähigkeit perfektioniert. Das Spielen auf dem Kleidergerüst löst manchmal eine starke Stimmung aus. Ich hoffe, eine positive. Aber wahrscheinlich. Ähm. Ja. Ich würde sagen, die können wir dann auch eigentlich... Penn gehen lassen. Ich sehe schon, die wissen immer noch nicht, was ihre Betten sind. Faules Nickerchen. Nein. Du schläfst hier. Und du schläfst hier. Meine Güte. Und du schläfst dann hier. Okay. Das scheint zu funktionieren. Du kannst aufhören mit Tippen üben. Bringt nämlich jetzt nichts mehr. Kannst stattdessen dir einen Rest nehmen. Und danach schicken wir auch die schlafen. Und dann sind wir durch, was das angeht. In der Name muss Anissa dringend. Ach nee. Das Klo ist auch kaputt, oder was? Hä? Wolltest du die nicht gerade baden? Warum hat sie das weggem... Warum hat sie das jetzt nicht gemacht? Verwenden. Und danach... Das würde die hier baden. Schau mal, wie traurig die ist. Was denn? Warum kann ich das nicht benutzen jetzt? Weil die hier im Raum steht. Quatsch, oder? Nee. Macht sie doch. Jetzt bitte mal hier sauber machen. Ja, weiß ich. Alles gut. Alles gut. Hier können wir mal beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Vielleicht bringt es ein bisschen hier Aufmerksamkeit. Ja, das sieht schon wieder ganz gut aus eigentlich. Was machst du? Du sollst ja beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Und danach brauchen wir nämlich noch was zu essen für sie. Das kann die sich aber dann selbst nehmen. Kann Anissa hier nochmal die Teile plündern. Danach schicken wir die ins Bett. Die ist nämlich auch saumüde. Das dauert jetzt wahrscheinlich nochmal recht lange. Da brauchen die ja immer so mega lange am Anfang, um aufs Klo zu gehen. Aber jetzt scheint es geklappt zu haben. So, jetzt nimmst du dir ein Gericht. Du plünderst die Teile. Hallo, wo bist denn du hin unterwegs? Hat die sich schon eins genommen? Wegwerfen. Dann. Ja, dann ploppten das die ganze Zeit auf. Ach so, weil das zwischen Unwohl und dem wechselt, ne? So, dann muss Anissa noch was essen und dann dringend schlafen. So, dann mal da rein. Die ist fertig und die können wir dann auch gleich Sitz der Öffentlichkeit weiter trainieren lassen. Oder? Ne, komm. Wir lassen die Pan, es ist nämlich Nacht, bevor da dann irgendwie, dann ist wenigstens Anissa später vielleicht auch wieder wach. Scheiße, jetzt schläft ihr uns ein. Nein! Steh wieder auf! Was ist mit ihren Bedürfnissen denn? Das ist wieder das dritte Trimester. Anissa, komm schon. Ups. Ist aber auch alles gerade anstrengend. Jetzt geht pennen, so, ist gut. Kannst pennen gehen, alles gut. Und wir haben Sommer. Okay, dann wird es jetzt wieder ein bisschen wärmer, die Tage. Ähm, das Tempust hat ja schon ausgemacht. Es war anscheinend ein guter Zeitpunkt, das zu tun. Weiß nicht, vielleicht können wir es nächstes Jahr auch ein bisschen früher probieren. Hier wächst jetzt auch direkt der Paprikastrauch. Der ist nämlich für den Sommer gedacht. Und das ist die, okay, die Kartoffeln warten bis zum Winter. Äh, und das hier war Herbst und Frühling. Okay, das heißt, die wachsen jetzt auch erstmal wieder nicht. Und hier Sommer und Frühling. Das heißt, jetzt haben wir diese beiden Sachen, die wahrscheinlich wachsen werden. Alles Klärchen! So, ja, du kannst dir ein Frühstück nehmen, ist in Ordnung. Äh, und die anderen pennen auch noch. Oh ne, ach, das dauert so lange, bis die halt, ähm, bis die genug geschlafen haben, leider. Ähm, ja, und Anissa, die wird jetzt erst auch mal eine ganze Weile nur pennen. Aber die Kinder könnten bald aufstehen. Die beiden hier werden wir dann direkt altern lassen. Also relativ direkt. Kann ja erst nochmal was essen, aufs Klo gehen und so. Ähm, was ist mit dir? Du willst rumblödeln. Ja, kannst du von mir aus machen. Ist mir recht. Und dann lassen wir die erst mal. Genau, du musst dringend pinkeln. Und kannst dir dann ein Restchen nehmen auch. Und Raupis, ach, sie hat wieder ihr Bärenkostüm nicht an. Ach, Mensch. Und wie sehen die da oben jetzt? Ne, Geschirrspülen. Achso. Hey, hab ich da... Hab ich den nicht mehr repariert? Doch, der läuft aber wahrscheinlich gerade, ne? So, dann verwendest du auch mal hier das Klo. Die hat zwar nicht so viel Hunger, muss dafür aber mal duschen. Und dann, wenn die hier vererdigt gegessen hat, würde ich sagen... Was ist eigentlich mit diesen Hausaufgaben? Niemand braucht die, oder? Doch, das könnten ihre sein. Das sind wir ihr Manns, Inventa. Die hat nämlich keine da liegen. Also wenn die nicht irgendwo anders rumliegen... Naja. So. Zacken ist magisch, von mir aus. Hast du nicht gerade schon was gegessen? Ne, du hast nichts gegessen. Okay, ja, dann ist was. Ähm, die spürt es noch schnell ab. Und dann können wir hier mal öffnen... Und den Kuchen rauspacken. Da sind auch noch Kerzen drauf. Dann kann die direkt auspusten gehen. Was denn jetzt? Was hat er geschrien? Was war das? Wir haben kein Baby. Keine Ahnung, was das gerade war. Das alarmiert einen dann immer so nach einer Zeit, ne? Ähm. So, dann probier doch mal die Glasur. Klausur, ja. Die Glasur. Und dann haben wir unsere... Unser erstes Kind, das älter wird. So, du gehst hier jetzt noch mal kurz ein bisschen Fernsehen gucken, würde ich sagen. Und dann kannst du auch gleich Teenager werden. Ich hoffe dann, dass du über dein Bärenkostüm hinweg bist. Und dass du dann nicht mehr traurig sein musst. Weil wir haben jetzt genug vom Glücksbärchi gehabt, ne? Wir haben jetzt genug vom Erdbeerglücksbärchi gehabt. Der war süß, aber ist jetzt auch mal wieder gut. Da stand, dass es eine Phase. Also, die muss dann auch irgendwann mal wieder vorbei sein. Ey, du pustest aber ja auch, wenn sie die Klausur probiert, pusten ja auch die Kersten aus. So, was haben wir denn noch? Machen wir mal Devianz. Meisterin des Unfugst, bei diesem Sim dreht sich alles um Streich und Chaos. Das, gemeine Herzinsbrecherin dieser Sims möchte das Liebesleben aller Sims zerstören, einschließlich seines eigenen Staatsfeinde. In dieser Sim möchte sich Feinde machen und ein berühmter Verbrecher werden. Hier kommen wir nehmen mal Verbrecher. Ähm, niederträchtige. Sim's werden, wenden stärkere und erfolgreichere gemeine Interaktionen an. Oh Gott, ist das mies, ey. Das wird ein Problem werden, aber hey, muss es halt nehmen, wie es kommt, ne? So, wir kriegen wieder Geschenke. Super. Ähm, ja. Dann haben wir jetzt halt einen bösen Sim. Auch gut. Äh, dann machen wir hier jetzt als einzige gute Tat vielleicht nochmal Geburtstagskerzen drauf, damit deine Schwester auch noch älter werden kann. Ach. Abfeiern. Ja, dann feiert mal ab. Wir feiern die ab mit so Konfetti-Dingern. Das war abfeiern? Äh, also, what the fuck? So, hier. Und du wünschst ihr mal was? Schauen wir mal, ob wir bei ihr vielleicht ein bisschen besseres Merkmal kriegen. Ich glaube, viel schlechter kann es nicht werden. Aber gut. Das wird interessant. Jo, alles gut zum Geburtstag. Dann haben wir wieder zwei Teenager. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, was sie als erstes Merkmal hatte. Das werden wir gleich sehen. Ah ja, sie hatte hier Kind der Inseln, was halt überhaupt keinen Sinn macht, hier wo wir leben. Und sie hat gesellig. Ziemlich konträr dann. Die Simms erhalten starke Stimmung von freundlichen Sozialkontakten. Ihr Sozialbedürfnis sinkt schnell und sie erhalten mehr negative Stimmung, wenn ihr Sozialbedürfnis auf einem niedrigen Stand ist. Toll. Ja, dann können wir ihr auch irgendwie hier sowas geben. Ähm. Vertrauensvolle Nachbarin. Ja, das könnte man machen. Wirtsbeut hatten wir gerade. Partylöwe, naja, nee, ist ein bisschen anstrengend. Freundin der Welt, ja. Würde zu ihr jetzt eigentlich passen? Die hat ja jetzt auch schon einige... Ach nee, warte mal, das war gar nicht die. Das hätte eigentlich zu der gepasst. Ja, shit. Nee, dann nehmen wir das auch nicht. Wir nehmen hier Vertrauensvolle Nachbarin. Okay. Aufgeschossene Simms schließen, schneller freundschaftliche Beziehungen. Ja, das macht, glaube ich, Sinn in Kombination mit dem Gesellig auf jeden Fall. Dann schauen wir mal, was daraus wird. Jo. Dann haben wir jetzt zwei neue Teenager. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon froh, wenn wir sie hier wieder wegschicken können. Ähm, ja. Das wird nicht so spaßig werden, glaube ich. Aber gut. Schauen wir mal. Vielleicht wird's auch nicht so schlimm, wie ich denke. Man weiß ja nie. Ja, du musst mal aufs Klo. Ganz dringend. Yes. Mach das mal. Die spielt am Klettergerüst. Soll mir recht sein. Du machst hier mal Kerzen drauf. Dann schenken wir den direkt wieder in den Kühlschrank. Vielleicht reicht der dann noch für irgendjemand anderen. Abfeiern. Ja, wenn das so lustig war, wie... Ja, geil, wie er abfeiert. Ich bin begeistert. Das ist die krasseste Party, die ich je gesehen habe. Okay. Gut. Was hat man denn hier so? Zehn gemeine oder schämische Interaktionen anwenden. Von zwei Sim nicht gemocht werden. Gott. Das ist eine Katastrophe. Echt. Und hier erfolgreich andere Sim beraten. Ihr Leben beeinflussen. Zwanzig Stück. Holy shit. Gute Freunde werden mit fünf Sim. Das zählen anscheinend die, die man schon hat auch. Aber das dürften dann... Sind das Familienmitglieder oder außerhalb? Okay, keine Ahnung. Gute Freunde. Also hier hat sie nur Familienmitglieder. Also werden die wahrscheinlich mitzählen. Hier ist gute Freunde. Und hier... Also es ist relativ einfach dann zu erreichen. Oder sieben der Charisma-Fähigkeit. Ja. Ich weiß nicht, wie einfach das erfolgreiche Beeinflussen ist. Wenn man die so lernt, dann kann man denen ja ein Rat geben. Und manchmal rufen die auch an und wollen Rat, glaube ich. Aber ich glaube, man muss einen gewissen Status mit denen haben, damit das funktioniert. Kontakte knüpfen, weil die Bedürfnisse niedrig sind. Ja gut, stimmt. Ja gut, stimmt, ne? Bisschen. Mit Bob plaudern. Freundlich zu Glurak sein. Ja, aber das will Glurak nicht. Nicht mehr. Jetzt hat sich alles geändert. Und rau, piep, plaudern. Na ja, gut. Eieieieiei. Du spürst das hier ab. Spürst du was ab, oder? Ja, die will was aufräumen. Wo steht denn hier noch was? Ah, hier auf dem Tisch. Ja, dann spür das ruhig mal ab. Danach können wir die nochmal aufs Klo schicken und duschen. Dann ist die soweit eigentlich cool. Dann kann die machen, was sie will. Die haben auch beide schon Hausaufgaben gemacht. Und der soll hier mal kurz rausgehen. Den können wir sonst hier oben baden schicken oder so. Genau, das klappt ganz gut. Könnten die danach Zusatzaufgaben machen lassen, damit die nächste Woche schneller aufsteigen in der Schule? Ich weiß gar nicht. Gut, gut. Ja, die könnten auch ein, zwei Tage brauchen. Ähm, da sind die Bedürfnisse super. Und du, ja, bisschen Spaß, bisschen was essen. Und dann sozial wäre gut bei denen. Mit den zwei könnten wir dann mal irgendwie ein bisschen hier on the road gehen. Und mal schauen, was in der City so abgeht. Und mit der einen können wir dann halt mal ein bisschen, weiß ich nicht, Freunde finden. Und mit der anderen, äh, Feinde. So würde sich bei denen natürlich anbieten. Ähm, außerdem, Anissa haben wir jetzt im dritten Trimester. Das heißt, die wird auch heute irgendwann ihr Kind bekommen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das, wahrscheinlich wird es wieder gegen Abend sein. Ich kann es aber nicht so genau sagen. Das würde ich natürlich auch nicht verpassen. Kann man das verpassen, wenn man dann in der Stadt ist? Könnte schon sein, ne? Ähm, und sie hier, weiß ich jetzt gar nicht. Kommt die da raus, wenn ich sie jetzt aufwachen lasse? Oder liegt die dann im Bett? Kann jeder raus? Oder versperrt die da den Weg? Ne, klappt. Okay, nice. Dann können wir die nämlich hier jetzt auch mal ein bisschen Kleinkindervideos machen, äh, angucken lassen. Äh, die hat Kommunikation auf zweieinhalb. Brauchen fünf, nach den neuen Regeln. Müssen wir eine Fähigkeit maximieren. Das ist Level 5, as far as I know. Äh, jetzt hör mal auf zu jammern, sag mal. Dir geht's doch voll gut. Also, haben sie jetzt wirklich mit dir beschäftigt. Genau, dann soll die mal ein bisschen Sozialfähigkeit noch lernen. Ähm, die hier sind beide kokett. Ei, ei, ei. Ah, ne, sie ist verspielt. Und die ist kokett. Naja. Gut, das reicht auch schon wieder mit dem Fernseh gucken. Die lassen wir dann nochmal kurz was essen, damit die gut drauf sind. Die hier ist gut drauf. Die, was macht die? In vorn provozieren. Ja, Klassiker. Das passt ja schon mal gut zu ihr. Wer läuft hier draußen vorbei? Ein Teenager. Würde ja schon passen, ne? Würde sich schon eignen. Egal, wir gehen nachher mal irgendwo in den Park oder irgendwo anders hin. Und gucken mal, wer da so vorbeikommt. Dann soll die mal hier kurz noch ihren Salat fertig essen. Und dann gehen wir das mal an. Nee, tatsächlich. Die will immer noch ihr Bärenkostüm tragen. Willst du mich verarschen, oder was? Können wir uns gleich nochmal angucken. Oh, Anissa muss ordringend pinkeln. Und es ist schon wieder nichts mehr zu essen da. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, dann musst du halt nochmal Salat kochen und dann kannst du was davon essen, so. Ähm, ja, dann weiß ich nicht. Wo ist der hier? Wo ist der? Hier ist nicht mehr der Bärenanzug. Du kannst ihn nicht mehr anziehen. Elementarwesen der Insel heraufbeschwören. Wow, Mann. Kommunika- Was? Was hab ich getan? Kommunikation mit dem Elementarwesen von Sulani? Wo ist es aber? Hallo? Hat er draußen? Wow! Hallo? Samaria Vainuupo. Junge Erwachsene. Sulani Elementarwesen. Okay, keine Ahnung, was das jetzt ist. Es scheint ein Event zu sein. Vier Stunden lang können wir jetzt mit der kommunizieren, oder was? Na gut. Ähm, ja. Ich würde sagen, dann, ähm, ähm, kommunizieren wir in der nächsten Folge mit dem Elementarwesen von Sulani. Keine Ahnung, was das bringt. Ähm. Ja, und ansonsten machen wir uns dann mal ein bisschen auf die Socken. Vielleicht, äh, bekommt dann das AI-Kind. Ähm, von Don. Und, ja. Dann sehen wir uns dann wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.